Wo auch immer Sie sich mit Ihrem ProVice Account anmelden, im Zug, in der Schule oder zu Hause auf der Couch, Ihre Daten werden sicher auf unseren eigenen ProVice-Servern gespeichert. Nur Sie allein haben Zugang zu diesen Daten. Sie entscheiden. Niemand sonst. Wählen Sie, was Sie speichern, worauf Sie zugreifen können und mit wem Sie Ihre Daten teilen. Dank unserer umfassenden Sicherheit können Hacker keinen Schaden anrichten. Datenschutz und Sicherheit stehen auch in unserer Zentrale im Mittelpunkt. So nutzen alle Kollegen ihren eigenen Pass, um das Gebäude zu betreten. Und wir verwenden die zweistufige Verifizierung bei der Anmeldung am PC. Wir entwickeln unsere gesamte Hardware, Software und Firmware im eigenen Haus und testen sie sorgfältig. Zudem ist ProVice nach den globalen Standards für Datenschutz und Sicherheit zertifiziert. Schließlich arbeiten wir eng mit freundlichen Hackern zusammen, um unsere Sicherheit zu testen und weiter zu verbessern. Unsere kostenlosen Software-Updates werden Ihnen vollkommen sicher über unsere eigenen Server zur Verfügung gestellt. Mit ProVice und unseren Produkten bleibt Ihr Klassenraum absolut sicher und Sie können beruhigt unterrichten.